Hallo und willkommen zurück bei den Gejagden hier bei ARK Survival Plus mit Xa, Hippo, Baloo, Coach, Sinde und wen hab ich vergessen? Keinen, ne? Hallo? Ich hör nichts. Ich glaub nicht. Ich glaub waren alle. Hallo! Keiner. Hallo. Hallo. Und irgendwie einem wütenden Parerino, aber ich glaub jetzt hat er sich beruhigt, oder? Sehen sie mich grad nicht. Komm mal erstmal in seine Nähe, dann weißt du's. Ich bleib hier. Ich auch. Ich bin bei unserem Wasserloch gleich. Ey, wer hat denn hier die Trike-Härde versammelt? Ich hab die, wo war ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht Trikes? Coach kann gut zählen, schön. Ja, läuft. Ach, ich steuere immerhin. Wie sie immer wegfliegen hier. So, haben wir denn jetzt viel, viel Leder für restliche Klamotten und so'n Krempel zu bauen? Ich hab 29 Leder. Ja, theoretisch schon. Jetzt krieg ich hier den Vogel nicht. Ich hab auch noch 74. Ich hab 28. Koja müsste ja auch gut was haben. Der hat ja auch den einen Mosch-Obser. Äh, ich habe 119. So süß. Die Frage ist, was stellen wir jetzt damit an? Sollen wir nochmal Rüstung bauen? Dass jeder auch noch Schuhe und sowas hat? Bebo? Ja? Leg doch mal die Eier hier hin, bitte. Ich hab die nicht mehr. Balou hat die. Balou? Ja? Legst du die Eier hier hin oder bist du immer noch da hinten? Ich komm jetzt. Mein Vogel hat soeben abgehoben und fliegt jetzt. Ich hätte... Ich hätte eine Mutprobe. Vor unserem Lager liegt ein Pronto-Ei. Wer das anfasst, der kriegt von mir eigenhändig einen Sperrenkopf. Moment, Moment. Dass du mich immer so herausfordern musst. Mach jemand Blümmer? 1, 2, 1. 3, 2, 1, genau. Und dann einen Schlag mit seinem Schwanz hier einmal übers Lager. Alles einfach nur noch. Bom, bom, bom. Kapatt. Ja, was machen wir jetzt mit dem ganzen Heid? Wollen wir Rüstung bauen? Soll ich für uns noch die Kappe und so? Also die Kuhle und so, das wäre ja auch ganz toll. Ja, mach ich das. Haben wir eigentlich ein Bett? Ja, die Couch hat eins da hinten an den Felsen gebaut. Ah, gut. Ja, das ist hier diese kanadische Liegewiese. Ah. Kanadische Liegewiese. Krieg ich auch noch eins oder muss ich mit euch da zusammen drin schlafen? Da kuscheln wir alle zusammen, damit das auch schön warm wird. Dann müssen wir gemeinsam sein, das sieht man auch an der Größe. Eben. Okay, Emma, ich glaube bei dir. Wir sind hier für Gleichberechtigung. Mochtest du noch? Mochtest du noch? Leder, hier, komm. Leder, alles voll mit Leder. Warum haben wir kein weiteres Schweinchen gefunden? Weißt du, alles finden wir. Ich warte eigentlich nur, bis der Parinosaurus hier jetzt im Lager auftaucht und einfach alles... Oh, Achtung, äh, Klau-Vieh. Und? Der macht doch gar nichts. Naja, noch nicht. Hör mal mit mir drauf, das ist mein letzter Speer. Ah, geht. Okay, er ist noch... Nicht, dass der Speer kaputt geht. Eh, eh, eh. Hier hol. Hier hol's mir. Hat jemand das? Der Pronto grunzt gerade. Ich hab Angst, dass jemand das Ei geholt hat. Nein, hab ich nicht. Ich hab nur angetäuscht. Nein. Ich hab nur angetäuscht. Gib's doch zu. Nö. Ich hab grad Guarana-Beris gegessen. War das gut? Boah, muss ich nur neben dem Wasser stellen. Scheiße, ja, ich merk's grad. Aber ansonsten sind sie nicht ganz schmackhaft. Sieht gut aus, Balou. Xard trot sich gar nichts mehr zu sagen. Oh ja. Wie, der eine ist bald so weit? Ja, der ist bald so weit. Der hat schon 30% nur noch. Jo. Wie, wie, wie geht denn das? Wir haben doch gar nicht so viel Fisch. Parasaurus? Ich, Parasaurus. Ach, Parasaurus. Ich dachte, du bist noch bei den... Du hast doch irgendwas von den Vögeln gesagt vorhin. Hallo, wir haben keinen Fisch. Bärchen haben wir auch nicht, ne? Bärchen haben wir jetzt auch nicht mehr so viel. Ich hatte für ihn alle gegeben. Und an Dings hab ich auch ein paar verteilt. Ja, aber an Pärchen kommen wir schneller ran als an Fisch. Ist wahr. Huch, jetzt hab ich doch das Ei aufgehoben. War gar keine Bäre. War eine große Bäre. War eine große Bäre. Naja. Sind mir meine Vöglein, die noch gefolgt? Weiß ich nicht. Coach und die Vögel. Mein Manfred ist da? Ja, der fliegt hier in der Luft. Dein Manfred fliegt hier noch. Der muss nur noch landen. Wo ist mein Manfred? Ja, hier ist der noch. Ich seh keinen Manfred. Hier, bei mir. Bei Coach. Wo sonst? Ach da. Nach oben. Hallo, Manfred. Mal schauen, wenn man da tot vor dem Vögel fällt. Oh. Passt mal auf. Ich hab hier Helme. Eins. Helme. Ihr müsst Helme tragen. Auf die Helme. Ihr müsst Helme tragen. Wer ist denn hier noch? Hippo. Hippo kriegt auch noch einen Helm. Hier ist ein männlicher Pachi Level 11 gebackt in ein paar Bäumen. Dann hau ihn kaputt. Pass auf, dass du die Bäume nicht kaputt geschlägst. Aber sag nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. So, wer braucht noch einen Helm? Ich. Hippo, hast du? Ja, ja. Xa braucht noch. Einmal. Ich glaub, ich hab ein zu viel gebaut. So was. Oh, mach das. Aua. Und das war's. Und Sinde braucht noch. Die kommt gleich ganz schnell hier hin. Wehe. Ich brauch mal an das Bett legen. Also ohne Witz jetzt. Bloß nicht das Vieh ins Lager locken, ne? Nein, 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 nein. Ich hau dem grad auf die Nase. Aua, der haut mich auch. Ja, warte, ich komm mal dazu. Ich, äh. Oh, nee, jetzt doch nicht mehr. Jetzt frei. Ich habe Handschuhe, Sinde. Können dir noch helfen? Nee, ist gar nichts mehr. Soll ich mal frei halten? Vielleicht kommt er dann. Nee, der sucht mich noch. Der sucht mich noch. Du kannst mal das Pronto-Ei nehmen und auf ihn werfen, vielleicht. Lenkt ihn das ab. Oder wir binden das Pronto-Ei dem Parerino auch schnell auf den Rücken. Und dann kommt der Pronto vielleicht. Ähm, bleibt da weg, ja? Wollte mal gucken. Das braucht ihr nicht. Ich stehe hier oben sicher. Na, da oben steht der Kumpel. Na, dann, wir holen dich dann schon in der Stunde ab, Sinde. Wenn wir Pfeil und Bogen haben, können wir dich dann abholen. Das ist ja eine schöne Aussicht da. Alles gut. Versuch dich weiter zu entfernen von ihm. Dann lässt er vielleicht ab. Aber die haben eine enorme Akro-Reichweite hier bei der Mod. Das ist richtig krass. Stimmt. Wahnsinn. Ich sammle hier bei ihm noch ein paar Bierchen, ne? Die brauchen wir sowieso gleich. Ähm, Balou? Ja. Was? Riechste. Ja, eben. Wenn er sie nicht will, dann nimmst du halt die, die, die Schuhe. Balou? Handschuhe. Was? Oh. Coach, ich hab auch, für dich hab ich auch ein Leckerchen. Pass mal auf. Oh, noch 10%. Warte, Coach? Hm. Lecker? Happy, happy. Guck mal. Guck mal auf deine, guck mal auf deine Schuhe. Ja, Coach. Ja, nimm's dir. Ja, du bist ein Feiner. So, wo ist Xa? Rausgeflogen. Ich bin hier ein bisschen am rumgucken. Oh, 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 der knackt gut. Der knackt nicht mehr. Oh, klingt zu gut, sah. Der knackt nicht mehr. Moment, ich muss mal mein Pornodownload oder einen machen. Pornodownload, ja, mhm. Okay, er knattert nicht mehr. Sehr pornös. Hat der von euch jetzt schon ein Bärchen geholt? Und sonst nehme ich gleich das Ei rein. Das, äh. Ach, dieses ganze Gold in dem Dukatenesel hier. Ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen, das ganze Gold, ja. Mit dem ganzen Gold. Ja. Silber vor allem, ist viel schlimmer. Ja. Gold und Silber, Katze. Ja, ich, äh, würde gerne das Heid reinlegen, aber geht nicht. Ja, dann, äh, lass fallen. Wollten wir nicht noch ein paar, äh, Töpfe machen? Ja, bitte. Mach. Ja, ich hab's nicht genau. Ich auch nicht. Ich muss nochmal, äh, anmerken. Wer ist ein Töpfer? Töpfer, gibt's gar keinen. Töpfer, Töpfer, da fühlen sich alle für verantwortlich. Aber, oh nein. Auf ein Prozent? Weiß ich gar nicht. Hast du Bärchen, Hippo? Äh, ihr braucht ganz viele Bärchen jetzt gleich, ne? Ich hab nur 37 Asuls. Ja, dann, äh, Glückwunsch. Äh, 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 äh. Ja, hol ich ihn gleich. Nur ein paar. 2, 0, 2, 0, 1. Da ist er. Oh ja? Ja? Baby, erster Nachwuchs. Ich hab, ja, ich hab hier in, ähm, diesen Pottel mir mal, äh, Lagerdinger hingepackt. Ich hab's da rausgegeben und hinstellt. Äh, dann, dann tut mir mal einen Gefallen, bitte. Nimm die anderen Eier weg, weil wir brauchen jetzt nicht zwei Babys. Die kriegen wir nicht durch. Ja, ich hätte, wenn er nur angebrötet. Hm. Äh, baue sie irgendwo hin, Coach. Ja, ich kann grad nicht. Dann stell dir mal irgendeiner hin. Wir sind da noch drin, da im. Äh, ist Sinde da? Ja, ich bin hier. Ja, du bist da, wunderbar. Pass mal auf. Äh, du kriegst da mal Käppi. Balu, der Kleine folgt dir übrigens, ne? Schuhe, Handschuhe, bitte schön. Dankeschön. Okay. So, da haben wir noch einen Balu. Ich muss er nicht direkt im Feuer steht. Der Balu braucht noch Schuhe, richtig? Ja. Schuhe habe ich auch noch keine. Ich habe nur Handschuhe. Du kriegst aber keine. Okay. Doch, doch. Alle. Einer nach einem anderen. Ich will jetzt mal gucken. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Was ich, was ich wie oft schon gebaut habe. Xa braucht auch noch Handschuhe und Schuhe. Moment. Yep. Äh. Dann nochmal Handschuhe. Schuhe. Käppi hast du aber Xa. Äh, ja. Okay. Dann einmal Schuhe. Nochmal Schuhe. Wer braucht denn noch? Ich glaube Hippo. Ja, mich. Oder Balu. Hallo. Handschuhe. So. Wer braucht jetzt noch Schuhe? Ich. Ja. Einmal. Ja, Schuhe liegen ja. Schuhe liegen noch. Dann baue ich noch einmal. Okay, dann habe ich jetzt welche. Ja, da braucht nur noch Coach Schuhe. Die baue ich gerade. Externacht eigentlich klar. So, hier liegen noch mal Schuhe. Wer braucht jetzt noch Handschuhe? Auch Coach oder nicht. Aber da braucht keiner mehr Handschuhe? Nee, Handschuhe habe ich noch mal. Also ich habe jetzt alles. Handschuhe habe ich noch mal. Ich brauche nur Füße. Nur Füße. Du kriegst du Fuß. Warte. Fuß. Warte. Fuß. Wo habe ich Fuß? Ich habe doch gerade Fuß gebaut. Ich habe Fuß gebaut. Ich schwör. Das ist so. Warte mal. Du kriegst Fuß. Fuß mit alles. Und Scharf. Ja, gleich haben wir einen ganz großen Besucher in unserer Base. Der geht mir ja auf die Nerven, ne? Ja, ich hoffe, der kommt hier nicht rüber, wenn der dann irgendwie mal trampelt oder so. Vor allem ist er noch Stufe 30, also. Ach, den kriegen wir doch locker. Wo ist das Baby? Da. Ich komme mir auch mal ein paar Bärchen. Genau. Jag das Baby auf ihn. Jag das Baby. Oh, das kann schon 200 Kilo tragen. Das ist ein ganz großes Baby. Ja, Para. Also kann mal 200 Kilo. Wenn es mal groß ist, kannst du mal 200 Kilo tragen. Ich glaube, den kann man übrigens auch... Ja, das war jetzt nur der Kleine von den Eiern. Ja, der frisst auch Pflanzenparts. Ja, ja. Oh, echt? Ja, die musst du damit füttern, mit Pflanzenparts. Die brauchst keine Beeren. Nicht unbedingt mit Beeren, ja. Da kannst du auch Pflanzenparts reinlegen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Oh, du. Wie nennen wir ihn denn? Seid mal kreativ. Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Es ist ein Parasau. Es ist ein Männchen. Hm. Mach mal was. Du bist hier, äh... Bitte? Paul. Paul. Paul-Panzer. Paul-Para. 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 Also meine hießen ja immer Günni. Ach, das ist auch süß. Günni? Wollen wir ihn Günni nennen? Nennen wir ihn Günni. Nennen wir ihn wieder Günni. Mhm. Der Erste darf das. Der Erste. Sieht auch gar nicht so hässlich aus, der Günni mit seinem schwarzen Kopfschild. Der Günni, der wird mal ein ganz großer Level 11. Wird ein ganz großer Level 11 Paar. Ja, wenn er, wenn er wollte, ich kann auch einen zweiten raushauen. Ich hab noch an die tausend Pflanzenparts im Inventar. Ach so. Ja, Pflanzenparts ist ja nicht das Problem. Ja, dann Maret. Maret Otze. Oh, ich dachte gerade Raptor. Nee, das ist ein Ovi, ne? Ja, das ist ein Ovi-Raptor. Ich dachte gerade ein richtiger Raptor. Nee, nee, Eier hat einer die ganze Zeit hier rum. Eier hat rum beim Ovi-Raptor. Sehr schön. Ja, was bauen wir denn jetzt als nächstes? Wollen wir hier doch eine Hütte hinbauen? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Ähm, heraus ausbrüten und umziehen. Hallo, das verliert Gesundheit dein Ei. Ja. Crafting, was kann ich denn? Ich will doch immer noch Level machen, weißt du? Jetzt nicht mehr. Das, äh, das eine Haus könnten wir schon bauen. Dafür brauchen wir nämlich, ähm, kein Leben. Aber ich baue noch ab hier. Ja. Da werden wir die gesamten Ressourcen eigentlich auch. Für das kleine Haus? Ja, ich weiß noch nicht, was es uns bringt, wenn wir es hier hinbauen, ganz ehrlich. Ja, also außer Ressourcen und, 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 also Punkte halt. Wir können natürlich darüber vielleicht leveln. Da ist nur die Frage, ob es nicht besseres gibt. Ich baue mal so eine Worktable. Dafür brauchen wir die Crude Planks. Ja, genau, habe ich welche gebaut. Hast du gebaut schon Crude Planks oder was? Oh ja, das sind schon ein paar. Die sind da drin, den kannst du hoch holen. Was macht denn der Worktable überhaupt? Wofür war denn der? Ja, den brauchst du. Äh, dann brauchst du später Worktables herzustellen. Ja, um die anderen, deine, äh, dein Carpenter Station drin zu bauen. Der ist ne Vogel. Da ist man da momentan drin. Wood Fence. Small Wood Rake, okay. Ein Rechen. Was ist das hier? Den braucht der Farmer, den Rechen. Farm Fence. Also hier kann ich eigentlich nur Farmerzeug bauen, dann brauchen wir noch nicht, ne? Den Rechen kümmere ich mich dann gleich selber. Okay. Ein Rechen, ich werde die Rechen. Ich werde ich die Herzen an einem Mädchen brechen. Was denn? Ich renne den ganzen Tag mit dem Vogel, mit der Bola hinterher. Der hat mich hier so gegen den Stein gedrückt. Ich war nur noch am Backen hier. Oh, ich hab den Vogel. Ja, guck. Geht ja. Das ist mal ein schöner eigentlich. Naja, nee, jetzt müssen rosa-orange. Das ist eigentlich nicht so schön, wenn ich... Ich bin, er hält nun mal, der geht nicht kaputt. Oh doch, jetzt ist er kaputt. Mir ist vorhin schon wieder einer abgehoben, weißt du, Bola weg und dann hast du da... Siehst du nur noch Staub. Wir sollten dem Bronto mal helfen zu sterben, irgendwann. Äh, ja... Wenn man uns mit Pfeilen obendrauf... Lock mal einen Rex her. Ist bestimmt eine gute Idee. Ja, super. Ein Rex hab ich nicht, aber in der vergleichbaren Grüße hätten wir ein Bronto hier, denke. Ja, gut, der ist ja da... Kommst du, dann nimm einfach mal das Ei und geh mit dem Bronto spazieren. Ja, genau. Wer, wer opfert sich? Ich nicht. Ich hab immer noch Knochenbruch. Echt? Der Bronto hat ja eh irgendeinen Auftrag. Der rennt hier gerade durch die Gegend. Brauchst du einen Verband? Ja, aber nicht weit weg von seinem Ei. Das ist das Problem. Ja, ich hab keinen mehr. Ja, äh, wo bist denn du? Da. Hier. Okay, Moment. Ich glaub, einer reicht, so viel fehlt nicht mehr. Äh, nimm einfach mal, da hast du... Also, ich hab eh nur zwei da. Das sind Hide-Bandages, die müssten eigentlich auch funktionieren. Danke. Hat einer das Bronto Ei geklaut? Nee, aber der Bronto ist irgendwie auf Trab, ne? Ja, weil hier das Bronto Ei... Ach, hier der Ovi-Raptor. Ah, ach so. Nein, Alter. Wenn der Ovi-Raptor bei uns in die Basis kommt, wollen wir den Ovi-Raptor mal schnell töten, damit der Bronto Ruhe gibt. Der Ovi-Raptor ist oben in den... in den Felsen, wo willst du da jetzt ran? Wo ist er denn? Ach, deswegen backt der da rum, der Bronto. Ja, wenn der Bronto bei uns in die Basis kommt, dann haben wir gelitten, wenn der da durchstampft. Da reicht's schon, wenn der sprintet. Weiß ich, aber ich, äh... Wo ist er denn, der Ovi? In den Felsen oben. Kommt man nicht von oben, dass man sich von oben runterfallen lässt? Da hat man auch wieder einen Knochenbruch. Ah, doof. Ja. Das ist ja jetzt echter Worst-Case, wenn der da... Oh, Alter. Da muss ihn einer anhauen und wirklich wegziehen. Also später, wenn er wirklich hier in die Richtung kommen sollte, dann müssen wir ihn einmal anpieken und... Ach, hör auf, hier, einer von den ich, der fliegt hier doch von meinen hier. Hier unten direkt am Wasser sind zwei... Er läuft. Er läuft. Aber Richtung Wasser runter, oder? Ja. Aber er dreht auch wieder, oder? Ja. Oh Gott. Nicht doch. Wir unten am Wasser sind zwei Paar, sollen wir uns die mal schnappen? Ja, könnte er machen. Braucht ihr mich dazu, oder? Ich glaube nicht, wenn noch ein paar dazukommen, alleine wollte ich das nicht unbedingt machen. Ja, Moment, da mache ich's. Da komme ich mit. Ich habe gerade ein paar Wohlers fertig. Ich habe auch noch vier. Der war eigentlich immer noch am Rad. Ja, der dreht am Rad. Nicht zu knapp. Am Wasserloch, oder wo, Hippo? Nee, am Wasser unten, am Meer. Ja, quasi da, wo wir von der Felsenspitze runtergelaufen sind, da stehen direkt zwei davor. Ja, genau, jetzt nach rechts. Ich sehe dich zumindest, ja. Warum haben die denn jetzt hier einen langen Schuh gemacht? Die haben Angst vor dir. Ja, wusstest du nicht? Ich habe gerade daneben gestanden, bei mir ist nichts passiert. Nö, du darfst nicht nah ran. Dann hauen sie ab. Wo ist er denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich baden gegangen, oder? Ja, da hinten badet er. Ach ja, da kommt er. Warte mal, vielleicht kommt er wieder zurück. Ja, warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier. Na komm, das ist unser Bademeister. Wo ist er denn? Da. Komm, komm her. Hier, ich habe feine Pola. Komm. Sonst nehmen wir erst den anderen. Der ist da hinten am Baum festgebackt. Dann tun wir das mal. Es wird aber gleich dunkel hier. Ja. Ja. Ja, es wird Papier dunkel. Wo ist ein Baum festgebackt? Hier, genau. Geradeaus von mir. Ah, da. Ob man den überhaupt... Ja Gott, ich bohle an, sicherheitshalber, ne? Ja. Passt. Boah, ja genau jetzt sind die Kohlenhydrate alle. Ja, bei mir auch schon die ganze Zeit. Ich, äh, ignoriere das mal. Ja, nur dann kannst du nicht mehr rennen. Also ich kann grad nicht mehr rennen. Ja, wenn's rot ist, ne? Achso, denn bei mir ist noch gelb. Wenn's noch gelb am Pfeil ist, dann geht das noch. Äh, mach du mal fertig, meine Hacke ist kaputt. Also der Brondor scheint sich wieder beruhigt zu halten. Oh, das ist gut. Oder? Huch davon. Ja, er stoppt wieder langsam durch die Gegend. Gut, das berückt mich ein wenig. Oh, noch ein Para. Hm, der süß mit der grünen Haube. Ist einer geschlüpft, oder wie? Ja. Ich hab jetzt jetzt nur einen schlüpfen lassen. Zwei Stück haben wir hier jetzt rum. Einen habe ich noch. Von 11er, 13er und der dritte, guck mal dann... Wow, unsere Para-Armee. 19er ist das. Damit machen wir die anderen platt, weißt du, wir gehen nochmal rüber. 19er. Die voll beeindruckenden. Ja, hier, gut zu. 13 bin ich. So, haben wir hier noch ein Para? Ja, ich wollte... Der kommt gerade aus dem Wasser wieder raus. Kommt da an, gewatschelt. Äh, er rennt. Wohin? Entlang. Ah, der ist schon weit weg. Ah, dann scheiß drauf. Er rennt jetzt nicht mehr hinterher, ja. Äh, unsere Kraft zu schade für. So, jetzt brauche ich mal irgendwas, was Kohlenhydrate gibt. Oh, die Kekse vergammeln ja auch. Ja. Ja. Oh. Er ist umdraktisch, ne? Bisschen. Ich glaube, die verhungern aber nicht mehr. Oder? Hm? Ich glaube nicht, dass die noch verhungern. Die sind vollgestoppt mit Pflanzenteilen, die... Ja, ne, die Pflanzenteile, da haben wir ja wirklich mehr als genug. Ja. Ich denke auch, dass das ausreicht. Komm durch, beide. Ich finde das aber irgendwie voll interessant, dass man sich hier so ein bisschen ausgewogen ernähren muss in der Survival Plus Mod. Ja, man macht das Ganze so ein bisschen interessanter. Irgendwie schon. Huch, jetzt sollte man es auch essen und nicht wegschmeißen. Also ich musste, ich musste sogar einmal schlafen. Was? Ja, ich hatte, dann hatte ich unten links so ein großes Auge gehabt mit so einem hängenden Augenlid. Und dann musste ich zum Bett gehen und dann drücken und dann ging es wieder. Ernsthaft? Echt? Wie? Okay. Ach, dann zum Bett gehen und was drücken oder wie? Und dann E drücken? Und einfach E drücken und dann ging es wieder. Das ist wieder... Da hast du gepennt. Das ist ja geil, das kenne ich auch noch nicht. Cool. Das hatte ich also auf den Testserver... Habe ich das auch nur einmal gehabt, aber... Aha. Limited Loom haben wir hier. Ja. Okay, was kann man da? Da könnte man dann so ein... Da kannst du die... Die Stoffrüstung machen dann irgendwann. Die Heideklamotten machen, ja. Macht das Sinn, weil wir haben ja ab und an mit Hitze zu kämpfen? Ja. Machen die auch mehr Rüstung als die Heideklamotten? Nein. Nein. Da sind sie genauso wie die Heideklamotten. Ja gut, okay, aber... Aber die haben halt einen besseren Hitzeschutz. Ja. Könnten wir überlegen, weil tagsüber geht uns ja hier ganz schön... You need a saw. Ich habe doch eine Säge, oder nicht? Habe ich hier noch nicht gebaut? Das ist schön, dass da noch ein so ein Vogel über Coach kreist. Habe ich den Vogel immer noch, oder? Deiner ist noch hier. Manfred ist hier. Oh. Das ist komisch. Am Ende kommt der noch durch. So. Na, komm. Na, gefällt dir dein Name? Wie heißt er? Paracival. Okay. Okay. Toll. Ein Traum. Also, der hat da echt ganz schön was irgendwie geändert. Wieso? Was? Ich renne jetzt schon seit... ... einer halben Stunde vor dem Fronto weg. Was? Vor dem Fronto hast du den mitgenommen? Ich habe das Ei geschnappt und bin Richtung... Du hast das Ei geschnappt. ... vergammeltes Gebiet. Und da war er dann immer noch hinter mir. Deswegen bin ich jetzt einfach oben rum in Richtung gerannt. Aber das hier geht immer noch hinter mir, ja. Aber der eine von Coach fliegt auch noch herum. Du hast den Fronto am Arsch und sagst nix. So, ich dachte, ich laufe ein bisschen rum. Normalerweise lasse ich das nicht direkt schnell ab. Aber der ist echt hartnäckig. Du hast den Fronto am Arsch und sagst nix. Das ist ein typischer Xa. Da könnte ich ihm mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen für sowas. War das jetzt deine offizielle Beichte, Xa? Ja, helf dir mal. Wahrscheinlich geht ihm nackt schon die Semina auf. Jetzt nicht mehr. Xa, wie sollen wir dir gegen einen Fronto helfen? Sag uns das. Da tun wir's. Wir können dich anfeuern. Ja, oder ein Lied singen. Ja, ich kann dir auch ein paar neue Schuhe basteln, wenn du sie durchgewatzt hast. Schon durchs viele Laufen. Also ich, ich, ich laufe schon barfußig. Du laufe schon barfußig. Was sagt dir gegen mein neues vormschönes Oberteil? Oh, du siehst aber sowas von sexy aus. Oh, so männlich. Zieh mal deine Kappe aus. Ja, sofort. Mach dich mal nackig für uns. Gutes Willen. Warum? Das ist bestimmt gut aus. Wie sehe ich denn mittlerweile aus? Auch wie kein Lapp auf die Flucht. Ja. Durchaus. Ja. Super. Und Sto-Frisur. Da steht einem alles zu Berge her. Das ist schön. Also Coach, muss ganz ehrlich sagen, der Hässlichkeits-Award trotz harter Konkurrenz von Baloo und Hippo. Obwohl ich sagen muss, also Baloo ist schon auch mit seinen Klumpf-Füßen da, ne? Urang-Utan-Arm. Ja, das ist auch noch, ja. Achso, ich habe jeweils mal zwei Töpfe gestellt hier. Das ist ja super. Dann kann ich endlich mal entleeren. Kochen. Achso, solche Töpfe. Ich dachte jetzt schon, äh, die fehlte Gedenk. Sag mal so nebenbei gefragt. Koch Töpfe. Ähm. Das Paririno-Ei. Ach, das ist ein Consumable, das ist... Du hast wegen dem Consumable-Ei den Paririno am Arsch gehabt, Hippo. Ich habe nur ein Ei gesehen. Du... Da! Da! Den Paririn kannst du nicht sehen. Ich habe gedacht, das wüsst du dir. Ja, nur da lag ein Ei. Ich habe es genommen, halt. Ja, und deswegen habe ich diesen Hippo drei Kilometer, äh, diesen Paririno drei Kilometer am Arsch. Ja, nu. Wäre nix für. Ich bin da... Ich kündige. Der eine läuft mit dem Pronto-Kassi, der andere hat es mit dem Paririno am Arsch. Der, der folgt mir echt brav, also ich bin überrascht. Du, ich brauche keine Leine. Xa, ich habe es. Xa, ich weiß, wo die beste anderen ist. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Nimm den Pronto und trampel einmal durch die Base der anderen, bitte. Tu es. Ich gebe dir auch 500 Silber. Ja klar, Moment. Wird doch gerade wieder hell. Wird doch gerade wieder hell. Wo ist denn die Base der anderen? Da hinten beim Wasserfall haben die... Unten am Boden, oder was? Also am Fuße des Wasserfalls, oder wie? Nee, auf einer... Etwas erhöht. Also... Da unten ist der Parra wieder. Sollen wir es nochmal versuchen? Ja, wir können es probieren. Da ist auch ein Galimimus. Komm, den kriegen wir auch. Flug hier runter zu springen vermutlich nicht. Nee, nee. Das ist... Nicht so cool. Das wirst du... Sag mal, einmal kannst du es mindestens machen. Ach, da ist der Parra, Moment. Fangen wir mit dem Parra an. Ja, sieht wohl so aus. Der ist 79, Alter. Hopp. Äh, ich versuche den anderen zu bohlen. Nimm das Ding mal auseinander. Zerlege. Nicht schwimmen gehen. Einen Moment, ich zerlege. Sie werden zerlegt. Der nächste Metzger ist für sie reserviert. Ja. Ja. Da schwebt ein toter Fisch. Was? Gibt's ja wohl nicht. So, Anu. Den kann er ja nur. So. Aber wo ein toter Fisch ist, ist es vermutlich auch ein Hai nicht weit. Hier ist es um Peter. Nee, ich glaube eher... Also, ein Peter, ja. Ich versuch's. Oh, ich bin noch im Verdursten. Ihr macht den mal. Äh, die Folge ist doch irgendwie schon so... Ja, ich weiß, aber ich dachte mir, diese Aktion pronto machen wir noch, weil wir nehmen ja jetzt heute keine mehr auf danach. Denke ich. Das kann aber noch dauern. Ich bin ein ganzes Säckchen weg. Ach, du bist ein ganzes Säckchen weg. Wie macht man das dann? Viel Spaß beim Auslocken. Also, ich muss jetzt erst nochmal in unserem Lager vorbeilaufen. Und dann einfach so. Ach, nö. Was ist das denn nun kaputt? Er ist abgehoben. Ach, hör doch auf. Ach, hier, die beiden. Klausi und Ding sind wieder da. Klausi. Klausi und Manfred. Nee, ich die Orles. Einmal Manfred ist oben. Manfred ist oben, ja. Manfred ist oben. Hier, die... Die Recher brauchen. Jetzt nimm sie auch mit dir. Lass sie nicht hier stehen. Dann kommen wir eh nicht runter. Natürlich kommen die runter. Wenn die gezäbt sind, sind die runter. Nimm sie mit. Oh, komm. Nimm sie. Ja, hier dann folgt Kui aber. Klausi. So zwei Zwitscher für den Kopf die ganze Zeit. Das ist wie im Schlechten. Kui, jetzt hast du auch die Parasaurus. Was? Was sind die für ein Parasaurus? Ja, die waren die beiden Kleinen oben. Die hab ich? Ja. Wie, was? Ich war doch drei Kilometer weit weg. Das ist ja trotzdem. Ja, dann pfeifst du mir halt ab. Hier ist ein 71er Vogel. Den möchte ich jetzt gerne... Ach, jetzt ist er weg. Achso, ich glaub, der Pronto hat sich auch leider schon hinter Böger heckt. Ah, gut. Den kriegen wir gleich noch. Ja, ich denke auch. Der setzt zur Landung an, wie der Land ist. Wart mal, Juvenil Günni. Komm her, Juvenil Günni. Da hinten ist er. Jo. Ich geh los mit der Bola. Jupp. Also Günni hab ich. Wo ist der andere, Balou? Ja, der ist jetzt unten bei mir. Alles doch gut. Dann dringend wieder hoch. Ja, ich bin dabei. Sorry. Nur weil Coach seine Vögel abgefiffen hat. Ich schreifte einmal den kompletten Stall ran. Nein, ich hab's ja auch wieder angefiffen. Tatsächlich, selbst die Fiumia folgt mir. Ich war da unten am Meer. Ja. Das gibt's ja wohl nicht. Du kennst doch von der Island, äh, die Oase, oder? Wo sind jetzt die Vögel hin? Ach da. Klausi, Manfred. Jupp. Und Herr Ich, die Horn ist. Okay. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Vögeln und, äh, schade. Nicht mal mit einem Bronto-Gassi. Oh. Das holen wir nach. Ich hätte das so gefeiert, den durch die Basis der Andrans ziehen. Mitten in die Basis rennen, alle hinschmeißen und wegrennen. Genau. Dabei noch so ein Kkihihihi. Ab, da war's für euch. Okay. Wir wollten doch handeln, bitte. Wir haben das Konto, nur für euch. Wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen und, äh, bis dahin. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.